So, bisschen besser. Benzin haben wir die Hälfte. Müssen wir tanken vielleicht? Keine Ahnung. Go to Sector Purity. Harmony Link. Onyx New Liberty Terminal. Harmony Link. Power Level seems low or exhausted for one or more of your truck systems. Be sure to replace Power Cells at regular intervals to prevent system failures, job delays and death. Death? Man kann sterben. Gibt's hier eine Handbremse? Keine Ahnung. Steigen wir raus. But I know it's gonna give me hope. Okay. Power Cells. Power. Power. Das sind einfach riesige Batterien. Power. whiten. Energymoons 3. If you have none, you lack гр wannaмотряen what's going on at this time. Onyx, New Liberty Terminal, Harmony Link, Purity dahinten, hol das bitte nach rechts, da unten zur Autobahn, ich find's geil, muss ich doch sagen, es hat irgendwas, es hat etwas, jetzt mal was ganz anderes, es gibt ja auch ein anderes Spiel, irgendwie mit einem Zug im Weltraum, glaube ich, den man dann verbessern muss und so weiter, es ist aber, wie gesagt, ziemlich schwierig zum steuern, Carg am Hintergrund, äh, ist glaube ich gerade was über uns geflogen, ich mach da sicherlich noch einen Unfall, Vor allem geht das sicherlich, dass man einen Unfall baut und der LK explodieren würde, Oh shit! Oh shit! Fuck! Ähm, war ich nicht! Sorry! Ja gut, das Schild fliegt jetzt irgendwo hin, doof, war ich ein bisschen zu übermütig, Okay, da ist das Gravity Ding, da muss man ja, glaube ich, wieder Lever ziehen, Jump gate alignment, Stop your truck at a suitable distance and the jump gate will power up, if you're having trouble, make sure you are facing towards the gate and use the stop signs to align yourself, remember gates between zones and some sectors will stay inactive until you get clearance from the DIV, Noch ein bisschen, glaube ich, bis dann die Lampen aufleuchten, oder nicht? Nej, bis dann die Lampen aufleuchten, sonst ist die Lampen aufgelich, Wenn du wiederholst, Artificial gravity, it looks like your gravity compensator is offline. Movement around your cab will be impacted and damage is likely on kill to poorly stuffed items. Was? Kann ich das aus? Warte kurz, oh shit, alles liegt da oben. Security checkpoint? Ähm, okay, ich muss da kurz mal rechts ranfahren, also ranfliegen und kurz mal irgendwie Sachen verstauen. Ach du Scheiße. Ähm, ja, nice. Kann ich das irgendwo beheben? Oxygen, Climate Control, Sioux Charger. Missing Bloss is a Power Dinger drin. 100, 80, 500, Drop of Determate, irgendwas, Gravity Compensator, Shock Shielding. Okay. Damn. Okay. Wahrscheinlich fliegt das Zeug eh wieder gleich herum, aber ich habe jetzt alles hier ohne am Fenster. Ja, ich glaube das denkt gar nichts. Kann ich denn irgendwie den Strom ändern, also die Power Consumption irgendwie? Oh, 75 Prozent. Ja gut, keine Ahnung, ich flieg mal weiter. Genau, das Zeug fliegt eh wieder nach hinten. Dropzone ist ein Kilometer entfernt. Und wir haben die Links in der Dengue, die ihr at hier. Das Zirks verwirrt mich hier, wenn das Ganze rumfliegt. Das Spiel hat auch irgendwie was Entspanntes, finde ich. Ähm, wie soll jetzt das funktionieren, wenn hier schon was in der Dropzone ist? Geht das? Sieht schon cool aus, der LKW. All right, unhitch. Ja, damage. Woher kommt wohl das? Rank 2. Skill points. Fragile loads, just in time. Kommt mir das ein bisschen bekannt für, von American Truck Simulator und Euro Truck Simulator. Ich würde mal fragile Dinge nehmen. Fragile loads. As the name implies, these loads are dedicated and any damage to the cargo will result in substantial dedications upon job completion. However, fragile loads are a great moneymaker for careful drivers, with a nice bonus for cargo delivered in pristine condition. Each level of certification will give you access to increasingly delicate cargo types. Okay, es gibt eine Map. Holy moly, Macaroni. Konvoi. Man könnte also auch im Multiplayer spielen. Interesting. Ich weiß nicht, wie man das mit dem Ding sie fixt. Emerald Junction, Jefferson Place. Ich würde jetzt mal zum Jefferson Place gehen. Und da gibt es auch noch Meteoriten hier. Muss man also ein bisschen aufpassen, wenn man hinfliegt. Und auch anderer Verkehr. Holy shit. Ähm, Chopboard. Cosmos Cash and Carry. Und das ist so loud, you need your friends, you ain't driving, I'm no straight line. You gotta follow the bells on the road. Shit, 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 warning for decision that detect, detected. Ähm, ja, ich bin ein schlechter. Ja, moin. Ich bin ein schlechter Astronauten-LKW-Fahrer. Das ist halt auch echt schwierig, das Teil zu steuern. Der Maglog, äh, Maglog, Maglog, wo ist nochmal das Maglog? Hitsch! In Scanner. Das war der Maglog. Alright. Rush Delivery. Two Jumps, Two Jumps, One Jump. Ich würde jetzt nochmal so eins nehmen mit One Jump, Elemental Chemicals. Magbolts Standard Drive, 1000 Kilo. Next Step. Elemental. Wahrscheinlich könnte man auch mehrere nehmen, aber das geht wahrscheinlich erst in der Vollversion. Pick up Magbolts from Daypr1. Hargo. Das ist ja so. Ich habe mich immer noch, wie kann man... Love Boats. Wie kann man die Powerzelle von der Gravitation ändern? Pick up Power Cell. Ich würde mich halt echt interessieren, weil... Disable. Disable. Wherever the Compensator. Entweder bin ich zu doof, um das zu binden, oder es geht nicht. Air Filter. Oxygen. Climate Control. Und das ist für den Anzug. True. 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 Muss ich das draussen machen? Wait a second. Könnte möglich sein. Ich nehme mal hier so eine Powerzelle. Okay, nein. Nicht mit. Die hat ja nur so wenig. Jawel. Wie kann ich das nicht tun? Ich spiele Knie. Fuel Canestro Gibt es irgendwo eine Hilfe? Ich denke mal nicht, dass es draußen ist Den kann ich ja auch gar nicht mitnehmen, das Teil Ja dann, egal Machen wir einfach weiter Endstaff Ja genau, gehen dann Cab Temperature Temperature in your cab is reaching an unhappy table level Make sure the climate control system is online And that your dashboard settings are appropriate Appropriate for the current sector Cargo Ich mach den ganzen Nelker kaputt War hot Oh shit Ja hot Ist das Teil ausgeschaltet? Oh Game over Prolonged exposure to freezing temperature has resulted in your death Ja gut, ich würde sagen Damit beenden wir die Demo von Space Trucker, genau Ist ein interessantes Konzept Ich bin ein bisschen überfordert Ehrlich gesagt Weil Also ja, man hat jetzt das mit dem Zero G nicht Wirklich Erklärt bekommen Wie man das fixen muss Was ziemlich nervig ist Und Eigentlich habe ich ja gerade die Heizung angestellt Aber trotzdem Dem wird es gestorben Doof Aber Ja Ich glaube Das schaue ich mir dann auch An Wenn es draussen ist Ich finde es interessant Macht Doch Auch noch ein bisschen Spass Und wenn es vielleicht irgendwie Mit Multiplayer Oder Servern ist Könnte es vielleicht Noch interessanter werden Ähm Und vielleicht auch Chaotischer Weil das wirklich schwierig war Den Truck Im Weltall zu steuern Genau Aber Ja Wenn euch das Ganze gefahren hat Wisht es an Steam Das Steam Next Fest Ist ja immer noch Ähm Im Gange Von daher Vielen Dank fürs Zuschauen Hier bei dieser Demo Und bis Zum nächsten Mal Tschüss